Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zum Hardware-Check von der Smartwatch, was ich hier habe. Mit dem Blutdruckmesser von YHE. Ich traue mir das nicht auszusprechen. Ich packe auch immer hier alles nochmal hin, weil wir werden das gleich in den... So, jetzt sind wir auch in der Unboxing-Ansicht. Ich habe die Uhr mal abgenommen. Also ihr bekommt die Uhr, ihr bekommt die Ladestation, da wird die Uhr so reingeklickt. Das zeige ich euch mal. Hier ist auch eine Aussparung für die Knöpfe. Dann kommt sie hier einfach so reingeklickt. So. Und hier ist dann ein normaler Mini-USB zum Laden. Der ist auch mit bei. So. Und ihr bekommt dann halt auch noch dieses Band, womit ihr dann den Umfang von eurem Arm, von eurer Hand messen könnt. Das zeige ich euch auch gleich. Warum und weshalb. Und natürlich eine Anleitung. Das Menü in der Uhr ist auf Englisch, in der App aber auf Deutsch. Das zeige ich euch gleich auch noch. Und zwar, hier ist jetzt dieses Luftkissen. Das ist das Luftkissen. Das wird er voll. Das werde ich euch auch gleich zeigen. Und hier habt ihr praktisch eine Skala. Ich werde mal zoomen. So. Da habt ihr die Zahlen. Und danach müsst ihr dann gehen, was hier euch angezeigt wird, damit die Uhr an der Hand vernünftig sitzt. So. Ich werde jetzt auch einfach mal den Sensor hier zuhalten. So. Rüberwischen. So. Und dann einmal Start drücken. So. Jetzt fängt er an zu messen. Und jetzt seht ihr hier gleich, wie das dick wird. Da. Das ist halt dieses Luftkissen, das sich aufbläht, um zu messen. Da ist der Sensor. So. Wartet. Nochmal. Die geht jetzt gerade runter. Müssen wir kurz warten. So. Macht sich mit meinen dicken Pfoten halt schlecht. Und wenn ich jetzt hier drücke, Start drücken. Da. Checkt er halt die Haut. Ich habe den Koffer gesätet. Ich mache es nochmal. So. Da. Kann man es sehen. Ja. Das grüne und vorher ist hier auch noch ein bisschen rotes Licht. Warte mal. Na. Da. Und dann guckt er praktisch, ob Haut da ist. Das ist bei meiner tätowierten Hand jetzt echt sehr schwer. Weil ich habe viel Schwarz mit bei. Also ich kann sie halt hier so tragen. Also die muss dann halt hier so sitzen, damit der Sensor halt hier so etwa ist. Weil hier ein bisschen grau mit bei ist. Da funktioniert das noch. Aber da ist halt immer schwer, den richtigen Punkt zu finden. Im Gegensatz, wenn ich es jetzt hier so rumtragen würde. Ich summe euch nochmal raus. Da funktioniert sie gleich. Bei untätowierter Haut, Frauchen hat es getestet, funktioniert sie gut. Auch die Messergebnisse sind sehr gut. Das kann ich schon mal vorausnehmen. Aber es gibt halt immer noch Probleme mit tätowierter Haut. Das nächste Modell wird dann was größer und was wir rausbringen wollen. Und da kommt das Luftkissen von unten. Und das ist wahrscheinlich der Sensor nicht mehr. Wenn ihr die Uhr bestellt, ich packe euch den Link dazu in der Beschreibung. Da könnt ihr euch so ein Armband reinpacken und die Uhr in den Einkaufswagen. Und ihr braucht nur die Uhr bezahlen. Das Armband bekommt ihr gratis dazu. Das schreibe ich euch alles nochmal in die Videobeschreibung. Sie ist nicht gerade umfangreich. Also ist wirklich auf das Minimale beschränkt, was ihr braucht. Aber es sind keine Spielereien mit bei. Also Media Player bedienen und so was ist hier zum Beispiel nicht mit bei. Die Aktivitäten sind auch begrenzt, sind nur drei Aktivitäten drin. Aber das Notdürftigste ist wirklich drin. Und wie gesagt, messen tut sie wirklich sehr gut. Das Always On Display, das funktioniert auch. So, da ist es jetzt wieder an. Ich habe nichts gedrückt. Einfach nur durch Bewegen habe ich angeschalten. Das ist immer schwarz. Es sei denn, ich bewege den Arm. Und normalerweise bin ich ja nicht da im Menü drin. Da bin ich ja dann... Mensch, so. Und dann geht auch gleich die Uhrzeit an. Wir haben drei Ziffernblätter fest installiert auf der Uhr und eins, was wir uns downloaden können. Also vier haben wir dann drauf. Und in der App gibt es glaube ich neun. Gucken wir auch gleich nach. Digitale Anzeigen sind leider sehr wenige. Wenn wir von die Uhr jetzt an haben und wir wischen jetzt einmal nach unten, haben wir den oberen Balken. Da können wir die Helligkeit einstellen. Dann haben wir Bluetooth an und aus. Also blau heißt halt an, schwarz ist halt aus logischerweise. Vibration an. Hier kommen wir zu Einstellungen. Dann haben wir hier unten Akkusparbetrieb, Wecker und Schlafmodus. Dann gehen wir aber nochmal in die Einstellungen. Bei Display haben wir dann halt hier auch nochmal die Helligkeit. Hier Always On habe ich aus. Halt nur, dass er halt so reagiert. Wenn wir Always On jetzt an hätten, dann würde die ganze Zeit die Uhr zu sehen sein. Always On. Na ja. Hilft halt nicht gerade beim Akku, muss ich sagen. Da durchgeht der Akku wirklich schnell leer. Ihr müsst auch die Akkuanzeige, die Dauer, was im Heft steht, haut auch nicht so ganz hin. Kommt halt darauf an, wie oft ihr Blutdruck messt. Umso öfter ihr Blutdruck messt, umso schneller geht der Akku natürlich leer. Wir machen Always On wieder aus. So. Bei Bewegung. Und halt hier habe ich dann auch die Zeit eingestellt von 7 bis 24 Uhr. Weil manchmal stream ich ja noch um 0 Uhr. Und ab 24 Uhr bis früh um 7 Uhr ist nichts. Also kann ich den Arm bewegen, wie ich will. Der zeigt mir die Uhr nicht an. Da muss ich dann wirklich Knopf drücken. Ja. Dann haben wir hier noch Alarm, About, Language. Da ist dann halt Espanol, Englisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch wahrscheinlich mit bei. Aber halt kein Deutsch. Ja. Hier haben wir dann noch die Distanz. Also kam auf Celsius. Distanz haben wir auf Kilometer und nicht auf Meilen. Ja. Das könnt ihr dann halt hier alles. Und Reset können wir auch noch machen. Können halt komplett resetten. Wir machen nochmal zur Uhr. So. Wenn wir nach links wischen. Da haben wir so die momentan, also die Daten von heute. Wir haben heute noch nicht viel gemacht. Also ist halt ziemlich flach. So. Und wenn wir nach rechts wischen. Da haben wir dann praktisch das letzte Mal Blutdruck messen. Und können dann halt hier auch Start drücken. Ja. Und hier haben wir den Impuls. Und hier haben wir den Sauerstoff. Und das war doch schon. Und wenn wir nach unten machen. Kommen wir zu den Messages. Das habe ich ausgeschalten. Also Messages habe ich bei mir nicht an. Ich mache mal lieber ranzoomen. Damit ihr das ein bisschen mehr seht. Ja. 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 Messages habe ich komplett aus. Das ist Quatsch. Das brauche ich nicht. Ja. Wie sagt hier dann. So. Die Einstellung. So. Und wenn wir jetzt den dicken Knopf drücken. Also warte mal. So. Hier haben wir dann ausschalten. Und wieder Display anschalten. Und den dicken Knopf. Und nochmal den dicken Knopf geht auch. Und dann haben wir dann jetzt hier auch nochmal Blutdruck. Hier haben wir den Unterschied. Wir können jetzt hier Blutdruck messen. Aber. Ihr seht da so ein Uhr Symbol. Da können wir drücken. Und können festlegen. Ein Intervall den wir uns selber machen. Also Custom. Oder halt ein Zyklus. So kann man dann sagen. Alle zwei Stunden. Alle drei Stunden. Blutdruck messen. Funktioniert. Habe ich auch getestet. Die Uhr erkennt auch wenn ihr euch lange nicht bewegt. Wenn ihr am PC sitzt. Zum Beispiel. Dann sagt sie. Hier mit so einem Symbol. Mach mal. Hampelmann mäßig. Irgendwie bewegt dich mal. Du sitzt jetzt schon ziemlich lange. So. Dann haben wir hier. Auch für einen Gast haben wir auch noch. Also dass wir auch einen Gast praktisch zu geben können. So. Dann haben wir hier. Den Sauerstoffwert. Da. Haben wir. Blutimpuls. Na ja. Quatsch. Dingsbums. Hier haben wir Workout. Outdoor Walking. Outdoor Running. Und. Äh Quatsch. Indoor Running. Und Outdoor Running. Das waren auch die Einzelnen. Mehr haben wir hier leider nicht mit bei. Dann haben wir hier. Alarm. Wo wir hätten Alarm adden können. Wann er uns benachrichtigen soll. Irgendwas. Ja. Hier haben wir denn von heute. Da haben wir jetzt noch nicht viel drin. Weil ist ja noch nicht viel passiert heute. Sleep. Klappt bei mir irgendwie nicht. Äh. Warum auch immer. Ich habe es auch teilweise. Äh. Abends getragen. Aber es. Ich habe. Alles mögliche versucht. Mit Schlaf oben an. Mit Mond an. Mond aus. Äh. Es funktioniert bei mir irgendwie nicht rechtzeitig. Keine Ahnung warum. Wetter haben wir hier noch. Das funktioniert auch sehr gut. So. Dann haben wir hier noch. Ja. Da hat sich die ganze Zeit bei mir gar nichts getan. Ehrlich gesagt. Und dann habe ich hier nochmal die Einstellung. Wo wir eben schon drin waren. Und nochmal. Wie gesagt. Nach links. Und nach rechts. Da haben wir die Sachen. So. Nach oben. Passiert nichts. Nach unten. Nachrichten. So. An und aus. Und dann halt das Menü. Okay. Sie ist halt wirklich. Äh. Begrenzt von dem. Also. Nur das Notdürftigste drin. Ihr könnt keinen Media Player. Also keine Musik. Play. Pause. Stopp. Oder irgendwas machen. Äh. Auch. So wie bei anderen Smartwatches. Die Spielereien. Sind halt hier sehr begrenzt. Also ist nicht viel drin. Nur das Direkte ist drin. Ähm. Aber. Ich zeig euch das nochmal. Kurz. Und. So. Wenn ich das jetzt bei mir jetzt hier. Einfach so mache. Und drücke. So. Dann kommt da ein Fehlercode. Ja. Weil der Sensor hier. Da. Der Sensor halt nicht erkennt. Dass jetzt halt hier Haut ist. Ja. Aber. Wenn ich die einfach nur umdrehe. Ich mach mal raus. Du. Ich drehe die jetzt einfach um. Und hab die auf der Nacken Seite hier. So. Und drücke Start. Ohne Probleme macht er. Ja. Und hier seht ihr auch, dass es sich gerade aufbläht. Stopp. Und dann geht er doch hier wieder zusammen. Piept auch so ein bisschen. Geht auch ziemlich schnell die Luft wieder raus. Und dann geht er doch hier wieder zusammen. Ja. Geht auch ziemlich schnell die Luft wieder raus. Tragekomfort ist auch okay. Ja. Die App wiederum ist halt sogar deutsch. Die zeige ich euch auch noch. So. Opa. So. Bp Doktor. So. Hier haben wir einen guten Tag. Ich bin jetzt bei 49 Prozent vom Akku. Bin verbunden. Hier sehen wir die Uhr. Ja. Und dann haben wir hier dann halt den Blutdruck. Puls. Schlafenszeit. Also hier. Äh. Das weiß ich nicht. Das haut bei mir halt wie gesagt nicht immer hin. Habe eh noch zwei Mal eine Anzeige drin. Wie viel Kalorien ich verbrannt habe. Schritte Zähler. Ja. Und hier unten haben wir dann noch zwei Sachen die wir noch dazu machen könnten. Training haben wir noch. Aber habe ich. Kann ich ja jetzt mal dazu machen. Speichern. So. Dann hätten wir hier noch Training. Habe ich nicht gemacht. Logischerweise. Also ich drücke da nicht aufs Training. Und hier halt nochmal die Zusammenfassung. Die bei mir auch irgendwie nicht wirklich angezeigt wird. So. Dann haben wir hier noch einen Kalender. Da können wir uns einen Zeitplan machen. Wann, wo, was. Äh. Keine Ahnung. Dann haben wir hier die Uhr nochmal. Hier ist dann heute mein Avatar. Mein Bild. Da habe ich ein Foto von mir genommen. Meine E-Mail-Adresse. Hier nochmal die J-Watch BP Dr. Pro. Und dann könnte man halt hier nochmal drauf drücken. Na komm mach doch. So. Synchronisieren. War schon fertig. Seht ihr. Synchronisieren. Hat er schon synchronisiert. Hier haben wir die Zifferblätter. Also neun Stück. Wie ich euch gesagt habe. Auf meiner Uhr sind halt die drei sind Standard. Das habe ich mir dann im Nachhinein noch installiert. So. Das ist nämlich hier oben zu finden. Digitalanzeige fehlen halt. Da müssen sie auf jeden Fall noch welche machen. So. Dann haben wir mein Gerät. Das ist die Seriennummer. Mein Ziel. Da kann man die Ziele sehen. Wie viele Schritte. Wie viel Kilo ich abnehmen will. Äh. Meine Family. Da kann man dann auch Accounts hinzufügen. Ähm. Äh. Blutdruck. Äh. Äh. Ich hab oft Grad 2 gehabt. Äh. Und ein paar Mal normal. Also wenn ich mir. Manchmal. Also wenn das Wetter ein bisschen doof ist. Obwohl ich meine Blutdruck Tablette nehme. Bin ich nicht im normalen Bereich. Also ich bin überwiegend im normalen Bereich gewesen. Aber ab und zu halt auch bei Grad 2. Das ist normal bei mir. Dass es manchmal nicht so richtig wirkt. Also mein Blutdruckmittel ist gut eingespielt. Also gut angepasst. Es läuft super. Aber halt ab und zu hab ich mal. Manche Tage halt ein paar Mal so einen Ausreißer. Ich weiß auch nicht. Und ich hatte auch keinen Kaffee oder irgendwas getrunken. Einheiten. Hier haben wir dann die Einheiten. Wie wir an der Uhr eingestellt haben. Hier haben wir dann nochmal. Persönliche Daten. Bild. Kann man da Bild. Name. Und sowas kann man machen. Kontoeinstellung ist halt hier. Konto von der App halt. Hier haben wir dann nochmal Hilfe und Feedback. Die Versionsnummer V2.3.8. Ich hatte auch einmal schon ein Update. Die Uhr hatte auch ein Update schon. Da wird auch Aled über die App mitgemacht. Hier können wir den Cache löschen. Und hier können wir uns abmelden. Also wirklich Aled wirklich aufs Minimum reduziert. Also das nötigste was sein muss. Damit das läuft. Und nicht viel Schnickschnack. Aber jetzt wackelt meine Kamera so. Und vom Optischen hat sie halt auch was. Sie ist halt schön dick. Mit dem Silber und dem Schwarze finde ich persönlich sehr schön. Wir haben nur zwei Knöpfe. hier. Und sie trägt sich auch sehr gut muss ich sagen. Ich habe sie jetzt wirklich. Das sieht man ja hier noch ein bisschen. Abdrücke jetzt hier praktisch von dem Band hinten. Also hier praktisch von den Löchern hier so. Ja. Ist ein bisschen dreckig geworden. Noch ein bisschen Schweiß logischerweise dran und so. Ja. Hätte ich mal sauber machen sollen. Aber so seht ihr wenigstens, dass ich sie so wirklich benutzt habe. Ja. Und sie funktioniert halt. Ich bin mit ihr eigentlich sehr zufrieden. Wir hatten auch gleichzeitig mit ihr und mit einem Blutdruckmessgerät gemessen. Logischerweise habe ich dann unterschiedliche Werte. Sie weichen nicht viel voneinander ab. Aber etwas. Aber das ist normal. Selbst wenn ich dreimal hintereinander mit dem Blutdruckmessgerät messe, habe ich dreimal verschiedene Werte. So wie ich mit der Uhr dreimal verschiedene Werte habe. Und wenn ich dann die Uhr mache, die abmache, den Blutdruckmessgerät drauf mache, habe ich natürlich auch wieder einen anderen Wert. Aber die Werte sind sehr nah aneinander. Meine Frau ist ja auch Krankenschwester. Sie hat Puls genommen, also mit Hand und hat geguckt und hat gesagt, ja, die sind sehr nah am echten Wert dran. Findet sie auch sehr gut. Und mehr gibt es ja eigentlich nicht zu sagen. Also wirklich ein Däumchen hoch von mir. Sie funktioniert wirklich super. Aber ist halt nicht für jeden was. Muss man auch dazu sagen, wenn ihr mehr auf Spielereien steht oder so, dann holt euch eine andere Smartwatch. Wenn ihr eine funktionierende wollt, die wirklich gut funktioniert und auch gut Blutdruck misst und alle drum und dran, dann greift zu der. Aber wie gesagt, es ist nicht viele Spielereien mit bei. Und es sind auch nicht viele Ziffernblätter mit bei. Also wenn ihr ein bisschen individualisieren wollt und Spielereien wollt, dann müsst ihr eine andere nehmen. So. Aber von mir, wie gesagt, Däumchen hoch. Wenn ihr noch Fragen habt, ich werde sie natürlich jetzt noch weiter tragen und testen. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare. Ich werde mein Bestes tun, euch die zu beantworten. Ich bin auch noch am überlegen, wie ich sie jetzt tragen kann. Am besten hier. Also ich habe hier so eine Stelle, wo er halt da ist. Ich muss halt wirklich immer, ich kann sie aber auch halt nicht zwei Finger breit vom Gelenk tragen, weil dann bin ich genau im Schwarzen hier drin. Also ich muss sie halt ein bisschen näher am Gelenk tragen und habe dann manchmal ein bisschen Probleme mit der Bedienung, wenn ich dann halt den Arm weiter hoch mache, weil die Uhr hier ist. Ja, aber dadurch ist halt der Sensor hier ein bisschen bei dem hellen. Und ich habe, und das schlägt wenigstens an, weil ich sie nicht immer auf der Unterseite tragen will. Aber das Problem habe nur ich mit tätowierter Haut. Ich habe es bei meiner Tochter versucht, hat alles gleich funktioniert. Ich habe es bei meiner Frau versucht, hat auch alles gleich funktioniert. Ich habe es bei meiner Mutter versucht, hat auch alles gleich versucht. Hier klappt keine Probleme. Es ist wirklich nur die tätowierte Haut. Nur die tätowierte Haut. Alles andere super. Ich habe, wie gesagt, bei mehreren Leuten gemacht. Mehrmals hintereinander. Uhr ab, Uhr ran. Uhr ab, Uhr ran. Mit ausmessen, ohne ausmessen. Einfach nach gut Glück. Und selbst ohne das Ding haben wir die richtige Passform relativ schnell gefunden. Dass er gut sitzt und dass er gut misst und so. Muss man halt mal ein bisschen fester oder mal ein bisschen lockerer machen oder so. Super. Wirklich super. Bloß tätowierte Haut hätte ist das Problem. Aber ich bin jetzt weg. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ahoi. Sagt euer Odin. 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 OITSTEST